Musik Jo Leute, was gab es? Drops hier, Backup, Startvision, Hedgehog und zum weiteren Gameplay kommt ihr hier von Anonymous Gunshot Und erst mal zum Gameplay und zwar seht ihr da heute eine Solo 86er Gunstreak von Trapper-Spiel Ist auf jeden Fall ein richtig krasses Gameplay, das Ganze ist auf dem Nuketown mit der, ich glaube, Cuda oder VMP Ist auf jeden Fall so oder so ein heftiges Gameplay, das Ganze im Core, wie gesagt, in Stellung Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, er hat, glaube ich, noch gar nicht so viele Abonnenten Er ist auf jeden Fall kurz vor seinen 50 Abonnenten, deswegen schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei Hat er sich auf jeden Fall verdienen und ja Und wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir auch ein neues Intro, das Ganze ist von Echo Design Ist auf jeden Fall mega sick, deswegen schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung bei ihm vorbei Lass ihm auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr auf krasse Intro steht Und wenn ihr Bock habt, bei ihm Intro zu kaufen, ist er auf jeden Fall mega der krasse Designer Deswegen schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei Und heute habe ich auf jeden Fall eine Real-Life-Story dabei Und die meisten wissen wahrscheinlich, dass ich fast nie Real-Life-Stories bringe Aber bei der dachte ich mir einfach, die musst du mal erzählen Weil das war wieder so eine richtig gestörte Real-Life-Story Wo ich mir einfach nur gedacht habe, danach, wieso habe ich das gemacht? Jetzt war ohne Witz, ihr werdet es gleich im Laufe der Story erfahren Und ich habe dir auch schon ein paar Kollegen erzählt oder mitgeteilt Und die haben sich auch übelst den Arsch aufgelacht Oder gerade bin ich im Skyfall mit dem Team Pius Schöne Grüße auf jeden Fall an dich Und er hat auch gesagt, die Story muss ich ihm auf jeden Fall mal erzählen Und dann dachte ich, ich mache auf jeden Fall auch gleich ein Commentary dazu Und ja, der liebe Rise ist auf jeden Fall auch im Skyfall Deswegen auch schöne Grüße an dich Da würde ich mal sagen, labbe ich mich viel um den heißen Brei und fange mal mit der Story an Und zwar, das Ganze war an einem Tag vor zwei Wochen oder so Ich hatte wirklich keinen Bock auf die Schule Weil bei uns war schon Notenschluss Und deswegen dachte ich Hm, hockst du dich mal in den Keller und schläfst da ein bisschen Weil, ihr müsst wissen Manchmal, wenn ich keinen Bock auf die Schule hatte Oder keinen Bock auf die Schule habe Lege ich mich einfach in den Keller oder so Und pende einfach mal 1-2 Stunden oder in die Garage oder so So Sachen mache ich dann halt, wenn ich mal keinen Bock auf die Schule habe So, und an dem Tag hatte da lieber Aerox auch frei Auf jeden Fall schöne Grüße an dich Und am Anfang war ich natürlich draußen Hab ein bisschen gechillt, hab ein paar Kippen geraucht Hab mit Aerox telefoniert So, dann, ich musste kacken Dann, ich gehe erst in den Keller Denkt, es legt es Ich lege mich ein bisschen hin Quatsche noch weiter mit Aerox Rauche ein paar Kippen weiterhin im Keller Und dann, auf einmal Ich hatte mega den Druck Ihr müsst euch vorstellen Ihr liegt da so im Keller Zockt so ein bisschen am Handy Labert mit einem Und auf einmal kriegt ihr so einen richtigen Druck im Arsch Und das ganze Problem dabei war Die meisten werden sich jetzt denken Ja, wir doch einfach hoch auf die Toilette So, mein Problem war Meine Eltern haben gesagt Wenn ich hochkomme Oder wenn ich in die Schule gehe Bekomme ich alles abgenommen Ich bekomme meinen PC abgenommen Ich bekomme mein Handy abgezogen Deswegen hatte ich natürlich da keinen Bock drauf So Dann Ich lege bei Aerox auf Weil er seinen Krankenschein im Geschäft abgeben musste So, ich gucke so im Kellerraum Auf einmal sehe ich in der Waschküse so eine Tüte Dann denke ich so Hm Okay Es wäre echt erwärmlich Wenn ich da reinscheißen würde So Dann bin ich wieder zurückgegangen In den normalen Kellerraum Dann auf einmal Mein Arsch ist richtig explodiert Ich hatte keinen Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten So Ich renne in den Waschraum Nimm die Tüte Schaue irgendwo Ob da irgendwo ein Eimer liegt Dass ich vielleicht die Tüte drüber spannen kann Habe ich schon einmal gefunden Spann die Tüte drüber Setz mich einfach auf den Eimer Ich habe einfach reingeschissen So Jetzt werden sich die meisten denken Okay Hat es jetzt mit Glück Tempos dabei Oder so in einem Schuhranzen So Mein Problem war Ich hatte auch keine Tempos dabei Das nächste ist dann Ich suche was mit dem ich mir den Arsch abwischen konnte So Natürlich wollte ich nicht aufstehen von einem Eimer Sonst Ja War es ein bisschen unangenehm geworden Dann Ich sehe so neben mir So Ihr kennt doch bestimmt von Baustellen Das ist richtig grob Papier Das lag halt noch im Keller Weil wir erst vor Keine Ahnung Neun Monaten oder so umgezogen sind Und im Keller noch alles Nicht so schön ist Deswegen mussten wir da auch noch ein paar Sachen machen So Liegt da so Das Papier Das ist so richtig Ihr müsst euch vorstellen Das ist so richtig rau Richtig ekelhaft So Ich denke mir einfach Scheiß drauf So schlimm kann es gar nicht sein Wischen mir damit den Arsch ab Okay So Nächstes Problem Ich musste die Tüte entsorgen Ist ja scheiße Wenn meine Eltern in den Keller kommen Auf einmal sind sie da So eine Tüte mit Scheiße drin So Bin ich hochgegangen Ich bin aus der Tür gesprintet Weil meine Mutter Irgendwie vorbeigelaufen ist Ich hatte richtig Schiss Dann Ich gehe auf den Spielplatz Seht da ist ein Mülleimer Ich werfe einmal die Tüte mit der Scheiße Auf dem Spielplatz In den Mülleimer Auf jeden Fall Das sah mein Kind Das da irgendwie auch versehen mal reingelangt hat Oder so Es tut mir jetzt noch leid So Und dann Ihr müsst euch vorstellen Den ganzen Tag Bis ich heimgehen konnte Ihr müsst euch vorstellen Das war um 8 Uhr Ich konnte erst um 14 Uhr Oder so die Tür rein Den ganzen Tag Mein Arschloch hat so gebrannt Das war nicht mehr normal Ich würde Ich Ne Das war so unnormal Müsst ihr euch auf jeden Fall vorstellen Macht es mal selber Wisch euch den Arsch mal mit so Bauarbeiterpapier ab Oder Baustellpapier ab Dann werdet ihr wissen Was ich meine Und das war es dann schon Zu der ganzen Video Ich meine meine Pure Behinderung Lasst auf jeden Fall Ein Like und ein Kommentar Wenn es euch gefallen hat Schaut beim Gapflash wieder vorbei Schaut natürlich auch bei mir vorbei Wenn ihr Bock habt Ich sage bis zum nächsten Mal Bewerten und Kommentieren Nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Haut da rein Bis zum nächsten Mal